hallo freunde der pyrotechnischen unterhaltung mal wieder ein kleines produktvorstellungs video zur abwechslung und zwar rauchtöpfe gibt es ja mittlerweile doch schon von relativ vielen herstellern mehr oder weniger gut gemacht mehr oder weniger große teile ich habe heute dabei von explode tolle rauch 50 gramm nettomasse es steht zwar 45 sekunden brenndauer brennt meiner meinung nach wesentlich länger aber das werden wir jetzt im anschluss gleich sehen ich finde diese rauchtöpfe toll weil sie eine relativ lange brenndauer haben und nicht sofort den ganzen rauch auf einmal raushauen das ist geschmackssache es gibt töpfe wie ultra rauchtopf oder jumbo rauchfackel von black box die halt natürlich einen sehr starken und schnellen ausstoß diese töpfe hier sind er ja für längere brenndauern die gibt es in verschiedenen farben in weiß in schwarz grün blau und rot lange geräte kurzer sinn schauen wir uns gleich mal den test an so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.